Guten Tag, mein Name ist Wotan Wilken Göring, ich bin Schauspieler. Aber das tut ja gar nichts zur Sache, wir sitzen da gerade alle im gleichen Boot. Finden Sie nicht auch, dass das gerade schlecht läuft irgendwie? Dass die falschen Entscheidungen getroffen werden? Und dass es uns nicht gut geht, weil wir drin bleiben müssen und nicht raus dürfen? Das habe ich auch gedacht, bis ich gestern wieder mal so einen Test gemacht habe. Aber das Testergebnis war negativ und das war positiv. Und da wurde mir alles klar. Wenn negativ positiv ist, dann geht es uns gar nicht schlecht, sondern gut. Dann sind die Maßnahmen nicht falsch, sondern richtig. Und dann bin ich gar nicht drin, sondern draußen. Also, bleiben Sie positiv. Bleiben Sie gesund. Geben Sie gesund.